Ich bin jetzt wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt, von daher kann ich jetzt wieder Videos über Advanced Warfare machen, also euch wieder die ganze Zeit auf den neuesten Stand halten. So, es ist ja zum Glück nicht wirklich viel passiert in den zwei Wochen, allerdings haben wir ein paar neue Multiplayer-Informationen bekommen und das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, wir werden ja auch auf jeden Fall demnächst, also ich glaube in ungefähr zwei Wochen ist die Gamescom und davor werden wir mit Sicherheit noch einen Multiplayer-Reveal-Trailer bekommen, also wir werden jetzt auf jeden Fall wirklich die richtig interessanten Informationen bekommen, also die ganzen Multiplayer-Informationen. Ja, wir haben auch schon ein paar Informationen über den Multiplayer bekommen und zwar hat Statschimmer Games bekannt gegeben, dass es die Sachen, die wir auch im Singleplayer-Trailer gesehen haben, wie diese zur Seite springen, dieses unsichtbar machen, diese besondere Stärke und all diese Sachen, dass man die auch alle im Multiplayer sehen wird, also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz gedacht, also ich dachte, dass es eher so eine Singleplayer-Spielerreise ist und dass sie den Multiplayer wirklich stabil, also dass sie da nicht allzu viel riskieren möchten, aber ja, anscheinend ist es so, dass Statschimmer Games da wirklich all diese besonderen Bewegungsmöglichkeiten jetzt auch im Multiplayer-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reveal-Reve reinbringt. Ja, das ist auf jeden Fall, kann man noch nicht allzu viel sagen, wie man das jetzt finden soll, ich bin da mal ganz offen für, also ich lasse mich einfach überraschen. Es ist allerdings auch schon bekannt gegeben worden, dass von Leuten, die Call of Duty Defense Warfare schon gespielt haben, dass es wirklich ein ziemlich schnelles Call of Duty ist, also dass man wirklich gute Reflexe braucht und wirklich Skill dafür braucht, also dass wirklich, wenn nicht sogar das schnellste, also das fast-paced Call of Duty ist, was es bisher gab, also das finde ich auf jeden Fall ein ziemlich positiver Punkt, weil an Ghost war ja so das Hauptkriterium, dass es wirklich einfach langsam war, man brauchte Ewigkeiten, bis man mal einen Gegner auf diesen Riesen-Maps gefunden hat und anscheinend ist das im Call of Duty Advanced Warfare genau das Gegenteil und das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. So, dann ist noch bekannt gegeben worden, dass wir eine neue Klasse bekommen und zwar die Heavy Weapons-Klasse, also die schwere Waffen-Klasse, da ist noch nicht wirklich klar drüber gesagt worden, was das für eine Klasse ist, ich könnte mir vorstellen, weil es halt eine neue Klasse ist, dass es jetzt auch mit diesen neuen Waffen zusammenhängt, wie zum Beispiel diese Super-Energie-Waffen und solche Sachen, vielleicht auch so große Titan-Waffen, also hatte ich jetzt auch irgendwie im Kopf in Titanfall, hatten die teils ja so Riesen-Waffen, vielleicht ist das dann auch so, mit denen man dann so richtig langsam ist, aber die dafür relativ stark sind, also so eine Art LMGs der Zukunft, das ist auf jeden Fall noch nicht bekannt gegeben worden, es ist nur bekannt gegeben worden, dass wir diese Klasse haben. So, dann ist auch noch ein kleiner Trailer gezeigt worden, dieser Trailer war vom Inhalt her, finde ich, eigentlich ziemlich langweilig, also es ging irgendwie um so einen DJ, glaube ich, der irgendwie das Studio besucht, ich weiß nicht, ob der die Musik macht, also so hat mich jetzt nichts interessiert. Auf jeden Fall hat man da aber auf den Bildschirm der Mitarbeiter, das hat Setschman Games ja jetzt schon häufig so gemacht, dass man da so ein bisschen so kleine Details sieht, da hat man auch wirklich schon Multiplayer-Bilder zu sehen bekommen, also jetzt quasi schon vor dem Multiplayer-Trailer wissen wir schon Sachen über den Multiplayer und haben auch kleine Bilder zu sehen bekommen. Die sind natürlich jetzt nicht so in der perfekten Qualität, weil es halt klein und beiläufig eben auf so einem Bildschirm zu sehen ist, aber wir haben hier jetzt schon mal das erste Bild, da sieht man das Studio und da sieht man wirklich ein komplettes Bild vom Multiplayer. Ich zoome euch das auch mal ran, aber wie gesagt, man kann wirklich kaum was erkennen, aber man sieht auf jeden Fall, man kann ganz leicht den Killfeed links erkennen, also das ist auf jeden Fall ein Bild aus dem Multiplayer und das ist auch wirklich ein recht gutes Bild, weil es ist zwar klein, aber man kann wirklich den Multiplayer sehen, also ein komplettes Screenshot. Aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen klein, wir müssen dann noch für richtig scharfe Bilder, also dass man wirklich was gut erkennen kann auf dem Multiplayer-Trailer warten. Dann haben wir hier noch ein Bild, das ist leider auch sehr unscharf, also es ist scheinbar, ich weiß nicht, ob das an deren Kamera liegt, aber bei Bewegung sind die Bilder irgendwie unscharf, das kann man nicht ändern. Hier sieht man etwas, was auf jeden Fall nach dem Ladescreen aussieht oder zumindest irgendein Menü in Advanced Warfare. Das ist ja von den Farben her so ein bisschen, also es ist ja so schwarz-orange, das ist ja auch so ein bisschen die Black Ops 2 Farben und man kann zwar Kameras erkennen, aber ich finde an sich so von den Farben her sieht es schon mal recht gut aus. So, dann sieht man hier nochmal ein gutes Bild vom Multiplayer, also das kann man auch gut erkennen. Allerdings ist das hier, glaube ich, die Entwickler-Version quasi, also ich meine, man sieht da irgendwie die Konsole und so, aber es sieht auf jeden Fall nach Multiplayer aus. Und die Map kann man auch noch nicht so richtig erkennen, also es ist, glaube ich, kein Bild, wie es wirklich im Multiplayer zu sehen sein wird, aber es ist ein bisschen für die Entwickler eher gedacht. Aber auf jeden Fall kann man da auch schon mal einen guten Blick vom Multiplayer sehen. So, dann ein näheres Bild sieht man hier nochmal vom Multiplayer, allerdings da nur ganz kurz und, ja, das sieht man halt nur ein kleines Stückchen, das ist jetzt nicht so wichtig, aber man kann es halt etwas größer sehen. Und dann sehen wir hier nochmal ein relativ scharfes Bild, aber leider auch wieder nur ein kleines Stück, also ungefähr die linke Hälfte. Da sieht man auf jeden Fall schon mal den Killfeed, das sieht ja auch relativ bunt aus und so, also gefällt mir eigentlich auch. Und der Killfeed ist jetzt auch wieder links und nicht wie in Call of Duty Ghosts rechts, was ich auch gut finde, wenn Killfeed und Map quasi untereinander, also wenn die quasi nebeneinander ist, dass man da auf eine Seite guckt, dann hat man beides im Blick. Und die Map sieht man auch noch, also die Mini-Map und, ja, die sieht auch relativ bunt aus, relativ viereckig, also es ist so, dass sie irgendwie so, sieht zumindest von hier so aus, als ob die mehr so nach oben geht und nicht mehr so zur Seite, wie das in Call of Duty Ghosts auch so war. Also da war sie ja, meine ich, mehr so seitlich. Und hier sieht sie mir ja etwas viereckiger aus. Und ja, die Map sieht auf jeden Fall auch recht schön aus, also ich finde das Overlay sieht eigentlich, ja, ganz ansprechend aus, aber mein Hand hat noch nicht alles perfekt erkennen. Und, ähm, von der Map sieht man nur so ein klein bisschen, aber, ähm, man sieht irgendwie schon so ein bisschen, es sieht so nach staubigem Boden aus und ich meine, dass man da auch so einen Extraskelett-Gegner sieht. Also, ähm, es ist ja auch bekannt gegeben worden, dass natürlich auch Extraskelette im Multiplayer sein werden. Also, ähm, es kann sein, dass man so ein klein bisschen vom Gegner sieht, aber mehr sieht man leider nicht. So, dann haben wir noch ein kleines Video zu sehen bekommen und, ähm, dieses Video ist wirklich bewusst zensiert, also man sieht wirklich, dass es unscharf gemacht wurde. Ähm, das heißt quasi, dass es irgendetwas, also dass es irgendetwas quasi verbergen soll. Also, sie haben es natürlich jetzt absichtlich reingetan, also ich denke nicht, dass es irgendwie ein Zufall war, dass es drin ist, aber, ähm, es soll quasi etwas zeigen, wo wir noch nicht sicher wissen, was das ist. Und es ist auch wirklich schwer zu sagen, was das ist, weil wir sehen da irgendwelche Leute, die sich bewegen. Ähm, ich weiß, hab wirklich keine Ahnung, was das ist, vielleicht ist das irgendwas, ähm, vom Koop-Modus, obwohl ich jetzt nicht finde, dass es wirklich nach so einem Horden-Modus dann da aussieht. Und, ähm, wir sehen auch, einmal ist, ein Soldat läuft quasi raus aus dem Bild und, ähm, dann ist es quasi auch, dass man erkennt, dass es ein Soldat ist, also es ist jetzt auch kein Cyborg oder Zombie oder irgendwas anderes, also zumindest diese Person. Ähm, deshalb denke ich eigentlich nicht, dass es irgendwas vom Koop-Modus ist, aber es kann wirklich sein, weil sie es auch zensiert haben. Ähm, dann sehen wir auch noch ganz, also ganz klein sieht man auch noch im, ähm, in der Konsole quasi, ähm, das ist irgendeine SP-Excelet. Ähm, SP, also, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber SP könnte ja für Singleplayer stehen. Ähm, deshalb kann es sein, dass es eine Singleplayer-Mission ist, allerdings wüsste ich jetzt nicht, warum sie eine Singleplayer-Mission so zensieren wollen. Also, also, keine Ahnung, so ein Ausbild aus einer Singleplayer-Szene kann man ja auf jeden Fall mal zeigen, also deshalb müsste man das eigentlich nicht zensieren. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich hab wirklich, bin mir nicht sicher, was das sein könnte. Ähm, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Ahnung habt, was das sein könnte. Ähm, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, das waren dann jetzt auch die ganzen Informationen, die wir in den zwei Wochen bekommen haben. Ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall in naher Zukunft einen Multiplayer-Reveal-Trailer bekommen. Und, ähm, da werden auch mit Sicherheit ganz viele Informationen rauskommen. Da haben wir letztes Mal schon die ganzen Perks und so, also bei Call of Duty Go die ganzen Perks und so erfahren. Also, ähm, da wird man wirklich nochmal richtig viele Informationen bekommen. Also, am Ende des Videos wollte ich noch ganz kurz etwas ansprechen, was jetzt nichts mit Advanced Warfare zu tun hat. Aber, ähm, wie gesagt, ich war jetzt in Urlaub, habt ihr mit Sicherheit alle mitbekommen. Und, ähm, da hatte ich so eine Ferienhaus-Room-Tour gemacht, weil, ähm, manche hatten das in den Kommentaren geschrieben, dass ich das machen sollte. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ich diese Room-Tour vielleicht als 15.000-Abo-Special hochladen soll oder ob euch das nicht interessiert. Also, wie gesagt, ich bin ja eigentlich kein Real-Life, also kein Real-Life-Video-Channel. Deshalb kann es auch sein, dass es euch gar nicht interessiert. Aber, ähm, ja, schreibt mir bitte einfach mal in die Kommentare, ob ihr diese Room-Tour gerne als Abo-Special sehen würdet oder ob es euch nicht so interessiert. So, damit ist das wieder jetzt auch endgültig vorbei. Und, ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, werde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und das war's für heute. Haut ran, heute. Tschüss.